Eier sind seit jeher ein fester Bestandteil vieler Frühstückstische, insbesondere in Deutschland, wo sie oft als unverzichtbar gelten. Doch die jüngste Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGGE, den Verzehr von Eiern auf ein einziges Ei pro Woche zu beschränken, hat für viel Aufsehen gesorgt. Diese neue Richtlinie wirft Fragen auf. Sind Eier tatsächlich so ungesund, dass man sie drastisch reduzieren sollte? Oder basiert diese Empfehlung auf veralteten Annahmen? Um die Sachlage besser zu verstehen, ist ein genauer Blick auf die Nährstoffe, die gesundheitlichen Vorteile und die potenziellen Risiken des Eierkonsums notwendig. Ein durchschnittliches Hühnerei enthält etwa 78 Kalorien, 6 Gramm Protein, 5 Gramm Fett und nur minimale Mengen an Kohlenhydraten. Vor allem aber ist der Cholesteringehalt eines Eis mit etwa 180 Milligramm oft Grund für Bedenken. Cholesterin wird seit Jahrzehnten als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen diskutiert. Allerdings hat sich die medizinische Forschung in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Heute weiß man, dass das Cholesterin aus der Nahrung nur einen geringen Einfluss auf den Cholesterinspiegel im Blut hat. Der menschliche Körper reguliert diesen weitgehend selbst, indem er bei hoher Cholesterinzufuhr die Eigenproduktion verringert. Wissenschaftliche Studien belegen inzwischen, dass moderate Mengen an Eiern kein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellen. Was Eier jedoch besonders macht, ist ihr hoher Gehalt an hochwertigem Protein. Mit einer biologischen Wertigkeit von 100 gelten sie als Maßstab für die Verfügbarkeit von Protein. Das bedeutet, dass der menschliche Körper das Protein aus Eiern nahezu vollständig verwerten kann. Besonders bemerkenswert ist, dass das Eigelb, oft fälschlicherweise als ungesund abgetan, tatsächlich mehr Protein enthält als das Eiklar. Es liefert zudem wertvolle, ungesättigte Fettsäuren, die essentiell für zahlreiche Körperfunktionen sind. Diese Fette unterstützen nicht nur die Aufnahme fettlöslicher Vitamine, sondern spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Synthese wichtiger Hormone wie Testosteron und Östrogen. Darüber hinaus sind Eier eine wahre Nährstoffbombe. Sie enthalten nahezu alle Vitamine und Mineralstoffe, die der menschliche Körper benötigt. Fettlösliche Vitamine wie Vitamin A fördern die Augengesundheit und helfen, die Sehkraft bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhalten. Vitamin D, das ebenfalls im Eigelb vorkommt, ist für die Knochengesundheit und das Immunsystem essentiell. Auch Vitamin B12, das vor allem in tierischen Produkten vorkommt, ist in Eiern reichlich vorhanden. Dieses Vitamin ist unverzichtbar für die Bildung roter Blutkörperchen und die Funktion des Nervensystems. Ebenso liefert das Ei Vollsäure, die besonders in der Schwangerschaft von großer Bedeutung ist. Neben Vitaminen sind auch Mineralstoffe wie Phosphor, Calcium und Kalium in nennenswerten Mengen in Eiern enthalten. Diese Stoffe tragen zur Stärkung der Knochen, zur Regulation des Blutdrucks und zur Funktion von Nerven und Muskeln bei. Besonders bemerkenswert ist der Gehalt an Spurenelementen wie Eisen, Zink und Selen. Letzteres ist in Deutschland oft Mangelware, da die Böden hierzulande selenarm sind. Selen ist jedoch entscheidend für ein starkes Immunsystem und den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Ein weiterer, oft übersehner Nährstoff in Eiern ist Cholin, eine vitaminähnliche Substanz, die eine Schlüsselrolle für die Gehirngesundheit spielt. Cholin ist an der Produktion des Neurotransmitters Acetylcholin beteiligt, der für die Gedächtnisfunktion und die Signalübertragung zwischen Nervenzellen wichtig ist. Zwar kann der menschliche Körper Cholin in begrenztem Maße selbst herstellen, doch genetische Variationen können diesen Prozess beeinträchtigen, wodurch eine ausreichende Zufuhr über die Nahrung notwendig wird. Eier sind eine der besten natürlichen Quellen für Cholin und können somit zur Förderung der kognitiven Gesundheit beitragen. Angesichts dieser beeindruckenden Nährstoffdichte stellt sich die Frage, warum die DGE den Konsum von Eiern so stark einschränken möchte. Ein möglicher Grund könnte die Sorge vor einem hohen Fett- und Kaloriengehalt sein, insbesondere in einer Zeit, in der Übergewicht und Fettleibigkeit weltweit zunehmen. Doch diese Bedenken sollten differenziert betrachtet werden. Eier sind zwar kalorienhaltig, jedoch auch extrem sättigend. Sie können dazu beitragen, Heißhungerattacken zu verhindern und die Gesamtkalorienaufnahme zu reduzieren. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Eier weit mehr Vorteile bieten, als ihnen oft zugestanden wird. Sie sind ein vielseitiges Lebensmittel, das reich an essentiellen Nährstoffen ist und beim moderaten Verzehr in eine ausgewogene Ernährung passt. Die strikte Begrenzung auf ein Ei pro Woche scheint daher nicht zwingend erforderlich und steht im Widerspruch zu anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vielmehr sollte die individuelle Verträglichkeit und der gesamte Lebensstil berücksichtigt werden, um eine fundierte Entscheidung über den Eierkonsum zu treffen. Cholin ist ein essentieller Nährstoff, den unser Körper benötigt, um eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen zu erfüllen. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Synthese von Acetylcholin, einem Neurotransmitter, der entscheidend für die Regulierung von Herzschlag, Atmung und Gedächtnisfunktionen ist. Studien zeigen, dass ein höherer Cholinspiegel mit einer verbesserten Muskelgesundheit, einer gesteigerten Fettverbrennung und einer besseren Gehirnfunktion in Zusammenhang steht. Überraschenderweise wirkt sich Cholin sogar positiv auf die Cholesterinwerte aus. Dies liegt daran, dass der Körper aus Cholin, Lecithin und Phosphatidylcholin herstellt, zwei Phospholipide, die in der Zellmembran eine zentrale Rolle spielen und helfen, überschüssiges Cholesterin aus der Leber abzutransportieren. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, empfiehlt eine tägliche Aufnahme von etwa 400 mg Cholin über die Nahrung. Besonders Schwangere sollten auf eine ausreichende Zufuhr achten, da Cholin eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Babys spielt. Dennoch zeigt eine Studie von 2022, dass viele Schwangere in Deutschland, insbesondere jene, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, deutlich zu wenig Cholin aufnehmen. Interessanterweise gibt es in der Ayurveda-Lehre eine differenzierte Sichtweise auf Lebensmittel wie Eier. Je nach Konstitutionstyp können diese vorteilhaft oder weniger empfehlenswert sein. Ein impulsiver, hitziger Pitta-Typ sollte beispielsweise zurückhaltend mit Eiern sein, da diese das feurige Temperament verstärken könnten. Ein gemütlicher, aber zu Übergewicht neigender Kapha-Typ sollte Eier ebenfalls nur in Maßen genießen. Hingegen könnte ein feingliedriger, oft hektischer Vata-Typ von der nährenden Wirkung der Eier profitieren. Diese Perspektive verdeutlicht, wie individuell Ernährung sein kann und regt dazu an, die eigene Konstitution besser kennenzulernen. Neben Cholin stecken Eier auch voller antioxidativer Substanzen, die helfen, freie Radikale im Körper zu neutralisieren. Freie Radikale entstehen sowohl durch Stoffwechselprozesse als auch durch Umwelteinflüsse wie Rauchen, Alkoholkonsum oder UV-Strahlung. Während eine moderate Menge dieser Moleküle unbedenklich ist, können zu viele oxidativen Stress verursachen, der als Mitverursacher vieler Krankheiten gilt und den Alterungsprozess beschleunigt. Die im Ei enthaltenen Carotinoide Lutein und C-Axantin sowie die Aminosäure Cystein tragen maßgeblich dazu bei, die schädlichen Wirkungen freier Radikale zu minimieren. Cystein wird vom Körper genutzt, um Glutathion zu synthetisieren, eines der kraftvollsten Antioxidantien des Körpers. Diese Inhaltsstoffe machen Eier zu einem wertvollen Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Darüber hinaus enthalten Eier bioaktive Peptide, die entzündungshemmend wirken, die Aufnahme von Mineralstoffen verbessern, die Wundheilung unterstützen und den Blutdruck senken können. Nicht zu vergessen ist ihr sättigender Effekt, der besonders hilfreich sein kann, wenn man Gewicht reduzieren möchte. Natürlich sollte der gesamte Speiseplan ausgewogen sein, aber ein Ei zum Frühstück kann helfen, den Hunger für Stunden zu kontrollieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt dennoch, den Konsum von Eiern auf ein Ei pro Woche zu beschränken. Diese Empfehlung berücksichtigt nicht nur gesundheitliche Aspekte, sondern auch ökologische Faktoren. Die Produktion von Eiern hat einen deutlich größeren ökologischen Fußabdruck als pflanzliche Alternativen. Die klimatischen Auswirkungen unserer Ernährungsgewohnheiten sind ein immer wichtiger werdendes Thema, das nicht außer Acht gelassen werden sollte. Wer dennoch Eier genießt, sollte darauf achten, sie richtig zuzubereiten. Ein weichgekochtes Eigelb ist gesünder, da bei hartgekochten Eiern das Cholesterin oxidiert, was sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Zudem wird empfohlen, Bio-Eier zu kaufen, da Studien belegen, dass Hühner, die artgerechter gehalten und besser geführt werden, Eier mit einem höheren Gehalt an Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren legen. Diese kleinen Änderungen in der Wahl und Zubereitung können einen großen Unterschied machen. Eier können also durchaus Teil einer gesunden Ernährung sein, wenn man sie mit Bedacht konsumiert. Wichtig ist, dass sie in einen ganzheitlich ausgewogenen Speiseplan integriert werden. So bleibt auch der Sonntagsbrunsch mit einem gekochten Ei ein Genuss, den man sich ohne schlechtes Gewissen gönnen kann.